Heute gucken wir uns 5 Plugins in Adobe XD an, also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute gibt es mal ein Thema, das ich ziemlich cool finde und zwar Plugins in Adobe XD. Wir werden uns heute 5 Plugins angucken, die Probleme lösen, für die man viel Zeit aufbringen müsste normalerweise und die damit mehr oder weniger in einem Klick umsetzbar sind. Das Ganze ist ziemlich cool, deswegen gucken wir uns die heute einfach mal an und wir werden in Zukunft definitiv auch selbst nochmal ein Plugin für Adobe XD bauen. Ich habe dafür auch eigentlich schon eine Idee, allerdings wird das noch ein bisschen nach hinten geschoben, weil aktuell ist die These einfach zu viel Zeit und ich habe nicht die nötigen Mittel im Prinzip aktuell, um ein Video über Plugins zu produzieren bzw. mich mit der Materie wirklich intensiv auseinanderzusetzen, aber es wird kaum versprochen. Ansonsten legen wir jetzt direkt los, nicht weiter Zeit verlieren, also viel Spaß! So eine Handlung, die vor allem, wenn man gerade beginnt, ein Interface zu konzipieren, immer sehr wichtig ist, festzulegen, wo Icons sind sollen und vor allem einfach zum Beispiel für ein Wireframe oder für eine erste Konzeptskizze ein Icon selbst zu gestalten und zu erstellen, ist sehr aufwendig und lohnt nicht, weil man ja vielleicht gar nicht weiß, ob das später Bestand haben wird. Um aber zu sagen, zum Beispiel hier oben soll erstmal später ein Menü-Icon hin oder so etwas, dafür gibt es ein Plugin. Dieses Plugin heißt Icon Drop, wir können das ganz einfach öffnen mit STRG-Umschalt-D, dann öffnet sich dieses Fenster, ihr könnt euch hier anmelden, dann könnt ihr Premium-Icons nutzen, die ihr hier auswählen könnt. Wir sagen jetzt, wir bleiben bei Free und wir sagen jetzt, hier oben habe ich schon nach Menü gesucht und füge jetzt einfach dieses Menü-Icon hinzu, sage Insert und dann habe ich hier schon mein Icon, kann das jetzt einfach klein ziehen und beispielsweise in meinem Design hier oben in der Ecke positionieren als Menü-Icon. Was heißt, so kann man sehr schnell praktisch festlegen, okay, wo sollen Icons hin? Ich würde, weil die Icons in dieser, vor allem in der Free-Version, sind nicht sonderlich schön, wenn ihr die Premium-Version nutzt, sind da sehr, sehr schöne Icons dabei. In der Free-Version würde ich nur empfehlen, die zu nutzen, um festzulegen, hey, hier soll ein Icon hin mit dem Buch, hier soll ein Icon hin mit dem Zahnrad und ich würde sie dann im weiteren Verlauf einfach selbst gestalten. Aber wie gesagt, es ist sehr praktisch, einfach nur STRG-Umschalt-D zu drücken, sich ein Icon rauszusuchen, es einzufügen und zu nutzen. Deutlich einfacher, als es erstmal irgendwo in Illustrator aus einer Icon-Map zu ziehen oder so etwas ähnliches. So, das nächste Plugin, was wir uns angucken, ist eines der mächtigsten Plugins, die es gibt. Und zwar, es heißt Daten-Populator und ermöglicht euch, Daten in euer Screen-Design automatisiert zu befüllen. Zum Beispiel hier haben wir eine Kontaktliste. Ihr habt beispielsweise eine Kontaktliste, die ihr gestalten müsst, habt dafür ein Beispiel-Daten-Set, ihr habt Produkte, ihr habt irgendwelche Einträge, die ihr nutzen müsst. Und an diese Daten ranzukommen, ist im Regelfall als Designer sehr einfach. Ihr fragt einfach nach und bekommt sie. Die Ganze hier einzutragen, ist relativ schwer. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein Video gezeigt, dass man die einfach per Drag-and-Drop mit einer TXT-File befüllen kann. Aber dieses Plugin macht das Ganze viel leichter. Das Erste, was ihr machen müsst, ihr müsst alle Datensätze so schreiben, wie es passt. Das heißt hier so eine geschweifte Klammer, First Name. Das ist im Prinzip ein Datensatz in einer JSON-Datei. Und so könnt ihr unendlich viele verschiedene Dateien befüllen. Wenn man das Ganze jetzt markiert und auch vor allem die Bilder, die hier sind, die sollen auch später mitbefüllt werden, muss man nämlich dann einfach so benennen mit so einer geschweiften Klammer. Dann kann man die jetzt automatisiert befüllen. Das heißt, wählt euer Wiederholungsraste oder den Datensatz aus. Geht auf Plugins, geht auf Datenpopulator und in meinem Fall wähle ich hier aus Populate from URL. Das wählen wir jetzt aus. Hier habe ich jetzt schon ein Standard-Kontakt-Datenset. Ihr seht hier nämlich, was hier drin steht. Und zwar, das ist eine einfache JSON-Datei mit einem Image, was auf einem Server liegt. Dann beispielsweise einem First Name, einem Last Name, einer Company. Aber wie dieses File aussieht, auf welche Dateien ihr zugreifen könnt, könnt ihr komplett selbst customisen. Das heißt, wenn ihr irgendwo hier Beschreibungstext oder so etwas habt, ihr braucht nur eine JSON-Datei und das reicht. Dann kann man hier Randomized Data Order sagen zum Beispiel. Dann sucht er sich einfach irgendwelche raus per Zufall. Kann hier sagen, man soll zum Beispiel Text trimmen oder so etwas. Man kann, was heißt, hier noch einiges angeben. Wir sagen jetzt einfach Populate und in dem Moment haben wir hier alles drin. Hier drüben ist noch ein bisschen zu viel Platz. Das schiebe ich mal eben raus. Und haben jetzt hier unseren Datensatz komplett customized vorhanden mit Bildern, die wir per Zufall hinzugefügt haben. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie viel Zeit so etwas spart, wenn ihr wirklich Produkte zeigen müsst in einem Online-Shop. Wenn ihr irgendwelche Einträge von einer Datenbank zeigen müsst, das spart Zeit ohne Ende. Ist unfassbar leicht zu nutzen. Deswegen guckt euch das Plugin an, installiert es, testet es. Ihr werdet es nie wieder loswerden wollen. So, das nächste, was wir uns angucken, ist, wie wir leicht mit Adobe XD Diagramme erstellen können. Dazu gehen wir hier oben auf dieses Rechteckfenster, erstellen uns hier einfach ein Rechteck und drücken STRG-ALT-C. Damit öffnen wir dieses Fenster. Das ist Visi-Chart, so heißt das Plugin. Und in dem Fall ist es ein Column-Chart. Wir können jetzt hier einfach auswählen die Sample-File von denen. Und wichtig ist, dass ihr im Hintergrund euer Rechteck ausgewählt habt. Weil das gibt hier standardmäßig schon die Größe vor, wie groß später euer Diagramm werden soll. Könntet ihr hier auch manuell anpassen. Ich persönlich finde es immer ganz nett, wenn ich mir einfach im Design-Konzept sage, okay, hier muss ein Diagramm rein, hier muss ein Diagramm rein, hier muss ein Diagramm rein. Und dann lasse ich das damit zeichnen. Füge dann hier oben die CSV-Dateien ein. Sehe dann hier schon direkt aus der CSV-Datei, welche Metriken ich verwenden möchte. Kann dann hier auch die Farben einstellen, wenn ich möchte. Kann sagen, welche Farbe die Schrift ist. Und erstelle jetzt einfach mit Create eine neue Grafik. Und wie ihr seht, hat das wunderbar funktioniert. Und habe jetzt hier einfach meine Daten visualisiert. Aber Visi-Charts kann auch mehr machen. Beispielsweise, wenn ich STRG-ALT-R mache, kann ich ein Ring-Chart erzeugen. Beispielsweise kann ich jetzt sagen 30,50. Dazu sage ich jetzt Gewinn, ist einfach der Text. Und das Label soll gezeigt werden. Und das nächste, was ich mache, ich sage einfach erstellen. In dem Moment habe ich jetzt hier oben einen neuen Graphen, der mir im Prinzip anzeigt, okay, das hier ist jetzt 37,5%. Und ich kann jetzt hier das einfach wie eine Vektorgrafik beliebig verändern, wie ich Lust und Laune habe. Ich kann auch hier die Schrift anpassen. Und ich kann auch das ganze Ding, wenn ihr wollt, kleiner und größer ziehen. Das heißt, so kann man sehr schnell sehr schöne Charts erstellen. Denn, wie ihr seht, mit wirklich wenig Aufwand. Und wenn man so etwas manuell machen würde, würde man definitiv nicht im Ansatz so schnell sein. Deswegen schaut euch das Plugin mal an. Ich nutze es sehr gerne und sehr oft. So, und weiter geht es mit dem nächsten Problem. Und zwar, App-Icons zu konvertieren. Was heißt, bei jeder App, die ihr entwickelt, die ihr konzeptet, müsst ihr am Ende irgendein Icon entwickeln, was ihr für gefühlt unendlich viele Plattformen und Formate unterstützen müsst. Was heißt, ihr braucht einen ganzen Bunch von Icons sozusagen. Die könnte man jetzt alle einzeln als Artboards in Adobe XD anlegen, möchte man aber nicht. Was heißt, ihr habt jetzt beispielsweise hier ein Icon entwickelt. Das markiert ihr. Dann geht ihr auf das Menü, geht wieder in das Plugin-Menü und wählt das App-Icon oder den App-Icon-Generator aus. Dann öffnet sich hier ein Fenster, wobei es beispielsweise Ghostfire drin steht. Sagt, es soll an Desktop exportiert werden. Sagt noch ein Prefix. In dem Moment halt Icon. Seht hier auch nochmal, welche Formate unterstützt werden. Wenn ihr beispielsweise nur iOS braucht, dann könnt ihr diese natürlich disablen. Wir machen jetzt mal, wollen alles exportieren. Drücken hier auf Export. In dem Moment erzeugt im Hintergrund, ja, wird ein Ordner erzeugt. Das sehen wir jetzt hier. Hier habe ich jetzt meine Icons. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf iOS gehe, sehe ich hier, ich habe wunderbar alles PNG-Icons mit den verschiedenen Auflösungen. Und das kann man halt wunderbar jetzt einfach nehmen und an den Entwickler weitergeben. Oder halt einfach in seine App exportieren. Und das spart einfach Zeit, ist einfach, schnell. Und deswegen eine absolute Empfehlung, dieses Plugin bei euch zu installieren. Das nächste Plugin löst eine absolute Standardaufgabe in Adobe XD. Und zwar, ich muss Artboards erstellen. Und wenn man da jetzt STRG-ALT-G drückt und das Plugin Experience Generator installiert hat, seht ihr dieses Fenster. In diesem Fenster kann ich ja zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die Web-Auflösungen erstellen. Und dann möchte ich hier beispielsweise gleichzeitig eine Error-Page direkt anlegen. Was heißt, in dem Moment, wo ich das hier anlege, generiert mir der direkt einen ganzen Bunch von, ja, im Prinzip Artboards. Und ihr seht hier direkt Error-Page, Bad Request, Unauthoricized, Request Timeout, Too Many Requests. Was heißt so, die Standard-Fenster, die Standard-Errors werden direkt generiert in verschiedenen Auflösungen. Das ist schon mal sehr praktisch und spart eine Menge Zeit. Das nächste, was wir aber angucken wollen, ist dieser Tab hier, nämlich Social Media. Und hier könnt ihr sagen, hey, ich möchte jetzt gerne von YouTube einen Channel-Icon erstellen, ein Video-Thumbnail. Und ich möchte auch noch Display-Ads erstellen. Dann könnt ihr hier einfach sagen, okay, und habt direkt alle passenden Auflösungen. Das gleiche gilt auch, wenn ich hier beispielsweise für deutlich mehr Plattformen, also beispielsweise für Instagram, wollt ihr hier ein Ad erstellen, dann sollen auch bei Facebook beispielsweise noch hier so Newsfeed-Ads erstellt werden. Und hier sollen noch so ein paar erstellt werden, könnt ihr alle generieren. Und habt dann hier einen ganzen Bunch, oh, die sind alle ziemlich ähnlich von der Größe, einen ganzen Bunch von unterschiedlichen Artboards in den passenden Auflösungen. Und das finde ich ist extrem praktisch, wenn ihr einfach nur schnell Grafiken erzeugen müsst. Dann müsst ihr nicht extra nachgucken, okay, wie groß war jetzt diese Werbeanzeige, die ich erstellen muss. Als Grafiker ist das eine Aufgabe, die ihr quasi permanent machen sollt. Irgendwelche Werbeanzeige, Werbebanner erstellen, die halt irgendwo im Internet live geschaltet sind. Das ist mehr oder weniger so das Standard-Business jedes Grafikers, der irgendwie im Internet unterwegs ist. Und deswegen finde ich es sehr, sehr praktisch. So, das waren auch schon die fünf Plugins, die ich euch heute vorstellen möchte. Wenn ihr noch das ein oder andere Plugin habt, was ihr in eurem Workflow nutzt, dann schreibt das doch mal unten in die Videokommentare oder schreibt es mir auf Discord oder Twitter oder sonst wo. Mich würde es sehr interessieren, vor allem würde ich dann vielleicht noch ein paar, zwei der fünf nächstbesten Plugins machen. Ist vielleicht ganz nett. Auf jeden Fall werden wir in Zukunft auch selbst nochmal ein Plugin bauen. Das ist, wie gesagt, ein großes Ziel von mir. Und das wird auch kommen, allerdings wahrscheinlich erst im April oder Mai, weil ich da einfach zwei Monate Zeit habe, wo keine Projekte entstehen, wo meine Thesis abgegeben ist und wo man sich damit mal ein bisschen intensiver auseinandersetzen kann. Grundsätzlich war es das, wie gesagt, für diese Woche. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet oder aktuell bleiben wollt, findet ihr in der Videobeschreibung auch noch ein paar passende Links. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.